HydroSoft Wellness Sauna, die schönste Form von gesundem Schwitzen. Der Oldtimer Grand Prix 2024 am Nürburgring und das Schnitzer Team, Schnitzer Classic mit Janik Trautwein ist mit dabei und er ist gestern gesamt auf P3 gefahren. Janik, ein tolles Training von dir. Ja, wir hatten gestern einen sehr guten Auftakt in die Veranstaltung, im freien Training waren wir auf P1, im Qualifying dann P3 recht knapp, aber wir rechnen uns heute auf jeden Fall gute Chancen aus und genau sind gespannt auf das Rennen heute Mittag, hoffen. Das Wetter ist ja perfekt, dass wir gute Show für die Fans bieten können und dass wir noch ein bisschen weiter vorkommen und hoffentlich nachher auf dem Podium auch gute Platzierung einfahren. Ja, dein Fahrzeug wird jetzt noch vorbereitet, die letzten Handgriffe jetzt für das Rennen und dann geht es gleich los. Genau, wir haben jetzt noch ein klein bisschen Zeit. Bei uns ist es ja immer so, dass die Motoren auch vorgeheizt werden. Genau, da schauen wir gerade am Heizer, dass wir das jetzt dann langsam auch anschließen. Genau, und dann geht es nachher ins Rennen. Ja, und jetzt ist gerade das zweite Auto von euch reingekommen. Der Promoter, der Ralf Bahr, fährt dieses. Von wem war der? Genau, das ist ein 1996er BMW Super-Tourenwagen in der italienischen Meisterschaft, unter anderem von Johnny Ciacotto gefahren. Also sehr, sehr tolle Historie, dieses Fahrzeug im CBM-Team damals eingesetzt. Genau, ich selber fahre ein 1997er Modell. Es sind ein paar Nuancen unterschiedlich, genau, aber so halten wir gemeinsam die BMW-Fahne hoch. Und es gibt wunderschöne Fahrzeuge noch hier in dieser Box zu besichtigen. Ein originales Gruppe A-Fahrzeug. Von wem war der? Genau, wir haben originalen 635 Gruppe A dabei, mit dem legendären Design auch von Berger, Ravaglia. Genau, und das ist ein super tolles Fahrzeug. Wir hatten es am Donnerstag hier schon bewegt. Und gerade vorhin auch die Möglichkeit bekommen, das Fahrzeug noch ein paar Runden auf der Nordschleife zu bewegen. Die Fans, die Streckenbossen, die haben alle die Kameras gezückt. Das war, glaube ich, einzigartig, so ein Auto mal wieder auf der Nordschleife zu sehen. Auch gerade jetzt, wo hier an dem Wochenende keine Lautstärkebeschränkung ist, perfekte Möglichkeit, genau. Ja, und das wollen wir sehen. Und wir sind froh, dass Schnitzer-Klassik das übernommen hat. Und wir wünschen jetzt alles Gute und viel Erfolg. Vielen Dank. HydroSoft Wellness Sauna. Die schönste Form von gesundem Schwitzen. Das war ein Bar Дingsmarket. Dann geht's da. Die schönste Form von gesundem Schwitzen.